Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zehnten Video unserer kleinen Reihe über unsere Reise durch die Provence. Diesmal nehmen wir euch mit ins provenzalische, ich will mal sagen, Hinterland. Wir sind nämlich weg von dem Campingplatz, der nicht das Optimale für uns war und wir fahren durch einige Örtchen oder zu einigen Örtchen, die nicht ganz so bekannt sind wie andere. Und dabei bekommt ihr natürlich wieder eine Menge zu sehen. Unter anderem auch diesmal richtig schöne Badeplätze und einen wunderbaren Wasserfall. Viel Spaß beim Zuschauen! Wir sind in dem kleinen Örtchen Ob gelandet. A-U-P-S schreibt man das und es ist richtig hübsch hier. Kommt mal mit! Das ist ein bisschen kompliziert. Und ein Salat mit heißem Ziegenkäse für Madame La Chef. Und ein Salat mit heißem Ziegenkäse für Madame La Chef. Ich bin total froh, dass wir weitergefahren sind. Ich find's hier nicht schön, aber schön. Richtig schön. Das ist ein Mogilé, was habt ihr noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das gibt's auch nur in Frankreich. Ein Halteverbotsschild auf einem Parkplatz, damit man Buhlen spielen kann. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Das ist Herr Schild. Das war's für heute. Musik Hier ist der alte Rocheplatz. Musik 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 Und hier haben wir einen netten Platz gefunden, wo wir stehen können. Musik Schön ruhig. Musik Jetzt holen wir die Stühle raus. Und wir werden uns hier mit den Abend machen. Musik Guten Morgen. Musik Und ich liebe diese französischen Märkte, auf denen es einfach alles gibt. Und das ist hier auch wieder der Fall. Und da wir frühe sind, ist auch noch viel Platz. So, was hast du gefunden? Ein Schiffchen für Brot. So kann man da raus. Na dann. Musik Braucht jemand einen schönen Koffer? Und wieder einer von den wundervollen Käseständen. Und der Volker überlegt noch, welchen Käse er möchte. Ja, aber erst holen wir Brot. Genau. Damit uns der Käse nicht wegläuft. Genau. Oh, das war's schon mal. Jetzt haben wir das in die Kappen. Wie ist das? Nur mit Italien. In die Kappen. Tauschen kann ich die Kappen mit in Italien. So. Ich hoffe, ich habe das noch gar nicht angeln. Musik 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 Und jetzt mein Lieblingsstand, nur Sachen, die gerade frisch geerntet werden. Musik Wir sind weitergefahren nach Sillon-la-Cascade. Da ist ein kleiner Fluss, der in mehreren Stufen und an einer Stelle 40 Meter nach unten fallen. Hinter diesem Zaun befindet sich das Flüsschen. Es ist wohl so gewesen, dass man hier überall baden konnte in dem Flüsschen und auch in dem großen Tümpel vor dem Wasserfall. Aber jetzt ist alles, alles, alles abgesperrt, dass nur ja keiner da noch irgendwo reingeht. Ich bin jetzt echt schon ein paar hundert Meter gegangen. Immer nur rechts, links, rechts, links diese Zäune. Ich komme mir vor wie ein Löwe, der in die Manege geht. Also das ist schon, finde ich, echt krass, was die hier veranstaltet haben. Musik 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 Es ist schon echt schön, dass es lohnt sich schon hier runter zu kommen, finde ich. Ihr habt es ja selbst gesehen, aber ich würde wirklich sagen, wenn ihr in der Nähe seid, haltet an, geht durch den Löwenkäfig bis dahin. Ich finde ihn wirklich außergewöhnlich schön von der Farbe her und mit den Felsen. Also im Hochsommer oder Herbst, weiß ich nicht, ob denn da noch Wasser ist, aber ich finde es schon richtig schön. Nächste Station ist der schöne Badeplatz von Salern. Leider, leider, leider darf ein Hund nicht mit dahin. Heißt, ich werde alleine schnell eine Runde in dem schönen kühlen Nass drehen und Volker wird mit dem Hund warten. Schade, hier hätte man sich länger aufhalten können. Schade, hier hätte man sich länger aufhalten können. Drahten Und da, oh Gott, den Jack hat es sein. Seinen Waschplatz. Aber auch hier wieder kein Wasser drin. Ne, das heißt im letzten Laia sogar ein bisschen Wasser. Aber hier ist kein Wasser drin. Keins drin. Aber der Joe, der will gucken, ob es welches gibt, ne? Ne, leider nicht, Schatzi. Ich habe eine Kinoeinstellung, da wollte ich wissen, ob der uns beide scharf kriegt, anscheinend. Aber guck mal, wir sind aber farblich ganz gut aufeinander abgestimmt heute. Genau, ja. Jetzt müsst ihr deinen Hut abnehmen, dann konnte man doch sehen, dass du auch ein bisschen grau bist. Ich? Nein, deswegen hast du ihn. Was? Also bitte, ich bin blond. Christa hat einen neuen Hut. Ja. Der ist ganz neu, der ist von heute. Ja, das wissen wir doch alle, ist doch festgehalten, als ich den gekauft habe, oder hast du dich gefilmt? Das kann man ja gar nicht oft genug sagen. Das ist ja nicht schick. Früher, bei den Pfadfindern, hatte man immer solche Hüte, die Pfadfinderhüte, mit denen konnte man auch Wasser holen. Aber das kann man damit nicht tun. So, und warum redet Madame so viel dummes Zeug? Da steht der Grund. So, jetzt zeige ich euch mal, wie wir heute übernachten. Wir sind nämlich hier auf einem Parkplatz. Ein Parkplatz unter Platanen. Und das ist die Stadt Cotignac, die habt ihr ja schon gesehen. Und wir stehen hier einfach auf dem großen Parkplatz. Und wir haben das jetzt schon ein oder zweimal gemacht. Wir suchen uns dann einen Platz, der so relativ nah an einem Baum liegt, wie hier. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, da mal unsere Stühlchen rauszustellen. Ich weiß, es gibt viel Schöneres und viel Bequemeres. Aber ihr müsst immer bedenken, dass Volker ja nun wirklich sehr gehbehindert ist. Und für uns ist es einfach ideal, wenn wir einen Platz finden, von dem aus wir ruckzuck mitten in der Innenstadt sind. Also oder im Innenstädtchen. Auf jeden Fall da, wo die Restaurants sind und die Geschäfte sind und wo es was zu sehen gibt. Und deswegen wählen wir auch immer wieder mal solche Plätze. Das ist hier in Frankreich überhaupt kein Problem. Das kann man ohne weiteres machen. Wenn nicht ein Verbotsschild dasteht, ist es okay. Und hier gibt keins und deswegen stehen wir hier ganz prima. Ja, ihr könntet natürlich einwenden. Man kann hier auf so einen Parkplatz fahren und dann weiterfahren und sich irgendwo nicht hinstellen. Aber da komme ich dann ins Spiel. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich wirklich immer fahre. Ich fahre alle Strecken. Ich plane alles. Ich fahre die Strecken. Und es liegt alles in meiner Zuständigkeit. Und dann finde ich es einfach auch schön, wenn ich in einem Ort bin, wenn ich dann mal ein Glas Wein trinken kann. Oder vielleicht auch mal zwei. Und dann möchte ich danach nicht mehr fahren. Also deswegen ist das für Volker und mich so eine gute Lösung. Und dann ist das für Volker und mich so eine gute Lösung. Jetzt runde ich die Treppen hier hoch und mal oben durch diese Felshöhlen weitergehen. Da ist leider die Tür zu. Doof. An ein paar Stellen kann man wenigstens ein bisschen reingucken. Jetzt schiebe ich mal. Oh, da ging es auch mal nach oben offensichtlich. Oh, da ging es auch mal. Oh, da ging es auch mal. Oh, da ging es auch mal. Also diese Badestelle hier in Carces oder wie man es ausspricht, ich markiere es wieder in der Karte, die ist es wirklich wert, also nicht ein riesen Umweg, aber wenn man hier vorbeikommt, unbedingt hier unten in den Fluss springen. Es ist jetzt Sonntagmorgen, gleich 11 Uhr und jetzt langsam fühlt es sich, aber vorher war es ein Traum und in der Woche bestimmt auch. Und nach diesem wirklich wunderbaren Badeplatz verabschieden wir uns für dieses Mal von euch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, wenn ja, lasst uns vielleicht mal ein Abo da oder auch einen Daumen nach oben, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wir freuen uns drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit uns unterwegs seid. Wir bleiben nämlich noch ein bisschen im Hinterland der Provence und ihr könnt dann noch ein paar Örtchen kennenlernen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss!